Versuchen Sie den Kurs in Bestzeit zu fliegen. Der Zeitnehmer startet beim Erreichen von Tor 1. Durchfliegen Sie es also mit Höchstgeschwindigkeit. Der Zeitnehmer wird mit Durchfliegen von Tor 10 angehalten. Sie müssen nacheinander alle Tore in der richtigen Reihenfolge durchfliegen. Tor 1 liegt vor Ihnen rechts neben der Landebahn. Für jeden berührten Mast erhalten Sie eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. Bleiben Sie beim Durchfliegen also in der Mitte des Torus. Untertitelung des ZDF, 2020 Fliegen Sie eine äußerst enge Kurve Richtung Tor 2 auf der anderen Seite des Feldes. Überqueren Sie das Feld, um zu Tor 3 zu gelangen. Drehen Sie zu Tor 4. Nach Tor 4 müssen Sie in die Vertikale gehen, bevor Sie zu Tor 5 fliegen. Guter Vertikalflug. Durchfliegen Sie nun Tor 5 im Messerschneidenflug mit einer Querneigung von mindestens 60 Grad. Tor 5 haben Sie hervorragend geflogen. Jetzt zum Tor 6. Überfliegen Sie nun die Landebahn in Richtung Tor 7. Nach Tor 7 müssten Sie erneut in die Vertikale gehen und anschließend eine Touch-and-Go-Landung durchführen. Hervorragende Touch-and-Go-Landung. Überfliegen Sie die Landebahn in Richtung Tor 8. Überfliegen Sie die Landebahn noch einmal zum Tor 9. Sie haben es fast geschafft. Fliegen Sie nun eine Kurve, um über der Landebahn Tor 10 zu fliegen. Erstaunlich. Sie haben den Kursrekord gerade unterboten. Sie sind den Kurs hervorragend geflogen. Damit haben Sie sich einen Platz im Team erkämpft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017